hey leute ja in vier stunden ist es soweit und wir begrüßen das jahr 2020 und ja zurückblickend auf 2019 haben wir ja würde ich sagen ein sehr gutes jahr erlebt und ja wir stehen jetzt mittlerweile bei den 71 abonnenten und ja leute ich würde sagen im neuen jahr geht auf jeden fall noch mehr und ich werde euch auch mehr projekte werden kommen da bin ich mir sicher und dann schaffen wir auch im neuen jahr die 100 abonnenten ist mein nächstes ziel und ja ich möchte mich auch bei den aufmunternden kommentaren bedanken die was mich unterstützt haben und auch mal in nicht so guten zeiten habt ihr gesagt dass ich weitermachen soll und ja da möchte ich mich auch noch bedanken an die vielen abonnenten die was immer fleißig geliked haben und ja leute ich wünsche euch allen ein gutes neues jahr feiert schön heute und rutscht gut rüber und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten jahr 2020 und bis dahin ciao bis zum nächsten jahr 2020 und bis zum nächsten jahr 2020